Im Jugend- und Familienzentrum Aurich engagieren sich über 70 verschiedene Vereine, Initiativen und Organisationen mit über 100 verschiedenen Angeboten. Von und für Menschen aus allen Altersgruppen, jeglicher Herkunft und jeden Geschlechts. Das Familienzentrum lebt von und mit der Vielfalt und damit auch dem gegenseitigen Respekt. Wir begleiten die engagierten Menschen und fördern den Austausch und die Begegnung von Mensch zu Mensch. Die persönlichen Kontakte und der gegenseitige Austausch führen zu Verständnis und Respekt und tragen dazu bei, Vorurteile, Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Füreinander, Miteinander oder wie wir zu Beginn der Corona-Krise auch oftmals sagten, Awag Binana. Nur im Miteinander ist auch ein Füreinander und somit ein respektvoller Umgang möglich. Am bowls Am wann Am 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 Untertitelung des ZDF, 2020